Die unzähligen freiwilligen Helfer und auch die festangestellten Helfer in Deutschland stoßen langsam an ihre Grenzen und jetzt soll die Bundeswehr deutlich stärker helfen und mit anpacken. Verteidigungsministerin von der Leyen will dreimal so viele Soldaten wie bisher für die Flüchtlingshilfe bereitstellen. 6000 sollen ab sofort, dauerhaft, langfristig bei der Versorgung der Flüchtlinge im Inhand helfen. Sie sollen die Ehrenamtler unter anderem beim Aufbau und Betrieb von Unterkünften sowie bei der Registrierung der Flüchtlinge unterstützen. Und dann war da ja auch noch die Frage, dass bisher die höheren Dienstgrade sich gar nicht zur Flüchtlingshilfe melden dürfen. Über das und vieles andere spricht Christiane Mayer jetzt mit dem Vorsitzenden des Bundeswehrverbandes, André Wüstner. Schönen guten Morgen, Christiane. Guten Morgen. Ja, die Bundeswehr hat eine neue Kampagne und die heißt Mach, was wirklich zählt. Das klingt ja genau so, als hätte sich das jemand für diese Situation ausgedacht. Guten Morgen, Herr Wüstner. Schönen guten Morgen. Der Bundeswehrverband ist ja ganz nah dran an den Soldaten. Ich frage Sie jetzt einfach mal, schafft die Bundeswehr das jetzt mit einzusteigen in die Flüchtlingsbetreuung in noch größerem Maße? Sie tut es ja schon in gewisser Weise. Richtig, wir sind schon mittendrin, aber eins ist klar, als Dauereinsatzaufgabe, als neue Aufgabe, wie es Frau von der Leyen definiert hat, werden wir das so definitiv nicht schaffen. Mit Blick auf diesen jetzigen Personalkörper, der klar zu klein ist, bedingt durch die Sparauflagen der vergangenen Legislatur. Nichtsdestotrotz, was wir momentan machen im Verbund mit dem Roten Kreuz, Technischen Hilfswerk, Polizei, das ist gigantisch gut. Es läuft auch sehr gut. Aber nochmal, als Dauereinsatz so nicht möglich, da muss Frau von der Leyen definitiv nachsteuern. So richtig verstehen kann man das nicht. Es sind jetzt etwa 6000 Soldaten unterwegs, die schon mithelfen, aber die Bundeswehr hat 170.000 mindestens. Also fragt man sich, kann doch nicht sein, dass sie nicht noch ein paar Tausend mehr entbehren können. So eng kann es doch nicht sein. Man muss immer wieder erklären, 170.000 Zeit- und Berufssoldaten bis. Davon sind es dann 140.000, die vielleicht ausgebildet sind. Die sind in verschiedenen Einsätzen, die sind in verschiedenen Organisationsbereichen. Und wenn ich mal allein an das deutsche Heer denke, die füllen nicht mehr wirklich viele Plätze in einem deutschen Fußballstadion. Warum ist das so? Weil wir uns spezialisiert haben, weil wir uns verkleinert haben. Und da muss man einfach sagen, jetzt ist irgendwo die Grenze erreicht. Diese Neuausrichtung hatte noch nicht Russland-Ukraine im Blick, die hatte nicht IS im Blick. Und deswegen wurde massiv gespart und verkleinert. Und ja, wir sind am Ball, aber es geht eben um die Einsätze im Schwerpunkt, um das Instrument sozusagen der Sicherheitspolitik, eines von vielen und nicht im Schwerpunkt um den Einsatz im Inneren. Welche Forderungen leiten Sie denn daraus ab? Heißt das, die Bundeswehr will nicht mitmachen? Oder heißt es, Sie brauchen mehr Soldaten? Nein, die Bundeswehr macht das. Wenn der entsprechende Auftrag da ist, ist klar, dann gehen wir. Und die Soldaten machen das auch wirklich mit Herz. Der Punkt ist nur der, wie viel haben wir tatsächlich noch verfügbar? Frau von der Leyen ist Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt und nicht nur stellvertretende Parteivorsitzende, eine von vielen. Aber es geht eben darum, da geht es um eine besondere Verantwortung. Wir haben ein scharfes Ende des Berufs. Und wir müssen vorbereitet sein, insbesondere für die Bereiche Tod und Verwundung in den Einsätzen. Und da kann es nicht sein, dass Ausbildungs- und Übungsfähigkeit für diese Einsätze leidet. Überhaupt ist es langsam schizophren. Ich nenne mal ein Beispiel. Im Nordirak ist es so, dass wir zum Beispiel zivile, beschäftigte Firmen nutzen für den Aufbau von Feldlagern. Und jetzt im Inneren sollen wir als THW in Flektan Feldlager für Flüchtlinge aufbauen. Das passt nicht. Also mehr Soldaten? Mehr Soldaten, ganz klar. Der Personalkörper muss anwachsen. Von mir aus flexibel mit Blick auf das, was Frau von der Leyen gerade anspricht und sagt, das ist eine Dauereinsatzaufgabe. Hier ist die Regierung und das Parlament gefordert. Dann noch mal eine Frage zur Stimmung. Wie sehen Sie das denn als Bürger in Uniform? Das ist ja unsere Haltung hier in Deutschland. Und vielleicht auch als Bürger ohne Uniform. Wie ist bei Ihnen persönlich und bei Ihnen in der Truppe die Stimmung? Als Staatsbürger mit und ohne Uniform diskutieren genauso wie der Nachbar, der nicht in der Bundeswehr ist. Und es geht um zig Fragen und keine Antworten seitens der Politik. Also wo sind die Konzepte zum Thema Ordnen, Steuern sozusagen von Flüchtlingen? Wo ist der übergreifende Ansatz einer Konzeption, der Integration? Da gibt es tausend Fragen, was wir nicht verstehen. Es wird diskutiert über einzelne Begriffe, Haftlager, Internierungslager, Transitzonen. Aber es gibt keine abgestimmten Lösungen sozusagen für dieses Problem. Das enttäuscht Staatsbürger mit Uniform genauso wie viele andere in dieser Gesellschaft. Dankeschön. André Wüstner war das vom Bundeswehrverband. Ja, man hört der Frust gegenüber der Politik ist auch da genauso groß wie bei vielen anderen Leuten. Also es wird wirklich Zeit, dass man sich schon heute Abend beginnend möglichst einigt und mal ein paar Konzepte dann auch umsetzt. Dann wird es zurück zu euch. Dankeschön, Christiane Mayer. Und es ist ja auch nicht so einfach. Also Konzepte fallen da nicht vom Himmel. Da wird wirklich wahrscheinlich sehr hart dran gearbeitet werden müssen. Dankeschön nach Berlin. Vielen Dank.